Im BAF Blickpunkt haben wir heute folgende Themen für Sie. Doch nicht Meister, Eupen landet nach Unentschieden auf Platz 2. Ausschreitungen, Antwerpen-Fans sorgen für unschöne Bilder. Und rund um den See 650 Teilnehmer beim Halbmarathon in Bütchenbach. Und wie immer die Inlandsmeldungen stündlich ab 17.45 Uhr im BAF Fernsehen und jederzeit im Internet auf BAF.be.